Sie hören eine Information des Podcast-Imperiums. Live aus den Nerd Studios in Düsseldorf. Mein Name ist Quinn und ich kaufe hier ein. Hier kommt Nerdizismus, die Podcast-Show von Nerds für Nerds. Heute mit Hero Nerds, dem Superhelden-Podcast. Und hier sind eure Gastgeber. Hier sind Chris und Michael. Donnerstagabend, 21 Uhr. Hier ist Nerdizismus mit den Hero Nerds. Mein Name ist Chris. Heute mal irgendwie so eine komische, wuschelige Frisur. Aber im Gegensatz zu meinem Mit-Podcast, da habe ich wenigstens noch eine Frisur. Es kommt aber wieder was. Es kommt wieder was. Das ist aber heute hier wirklich Bad Hair Day. Ihr könnt das jetzt im Podcast hier nicht hören. Diejenigen, die hier live dabei sind, die können das natürlich sehen. Ich versuche das mal. So eine gewisse Grundeitelheit bringt man ja dann doch an den Tag, wenn man so vor der Kamera den Spülkes macht. Ich weiß nicht, wie dir das geht. Das macht das hier, was ich habe, viel einfacher. Wir waren heute im Irland in Kevela und bei den 28 Grad, die wir heute hatten, Sonnenschein, musste man sich gut mit Sonnencreme einschmieren. Mit dem, was ich hier jetzt habe, brauche ich mir keine Sorgen machen. Da mache ich einfach Patsch und überall im ganzen Kopf habe ich dann direkt eingecremt und sehe dann aus wie ein Geist. Aber dafür habe ich auch keinen Bad Hair Day. Ich bin ja froh, dass du im Vorgespräch noch das kleine Städtchen Kevela erwähnt hast, weil ich habe wirklich kurz überlegt, wann hat er mir gesagt, dass er nach Irland fährt und was zum Hänker macht er in Irland? Und hättest du das nicht noch mit Kevela hinten dran gesagt, hätte ich dich jetzt darauf angesprochen, wie es in Irland war, was du da gemacht hast und ob du auch in, keine Ahnung, in der Distille oder in Kilkenny warst. Ich kann allen sagen, es gibt ein Irland hier im Rheinland, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob das noch Rheinland ist da in der Ecke, in Kevela. Niederrhein, genau. Das ist ein riesiger Bauernhof-slash-Freizeitpark auf mehreren tausend Quadratmetern. Wirklich nur für Familien, als irgendwer anders hat einfach keinen Sinn, da hinzugehen. Du hast neun Euro Eintritt für Eltern unter vier Jahre umsonst. Du hast Spielscheunen, du hast Trampolins, du hast Schwimmgelegenheiten, da laufen Tiere rum, da gibt's Affen, da gibt's Ziegen, da gibt's alles Mögliche auf dem Riesengelände und du bist einfach den ganzen Tag beschäftigt, sodass du alles gar nicht sehen kannst. Da waren wir heute mit Freunden und der Familie und deshalb sind wir jetzt heute auch etwas, für alle, die leicht zuschauen, zu spät, weil ich völlig verschwitzt habe auf dem Rückweg, dass ich um neun Uhr zurück sein muss, um das hier aufzunehmen. Also ich bin um fünf vor neun hier wieder da gewesen und in einem Affentempo alles aufgebaut und das ist auch gut, dass ich keine Haare habe, weil sonst hätte ich jetzt erst recht Bad Hair Day. Aber du hast es ja noch geschafft, pünktlich zur heutigen Podcastshow, in der wir über The Suicide Squad 1.5, Soft Reboot, The Suicide Squad, wir vergessen den ersten Teil, haben wir nie gefilmt, reden. Mit Spoilern, soweit man in dem Film spoilern kann. Aber Michael, für alle, die uns heute zum allerersten Mal hören, wo könnte man denn noch was von uns hören und was kommt dem demnächst noch so alles? Ja, was haben wir denn so? Was wir so haben, findet ihr wie immer auf nerdizismus.de, da findet ihr auch alle unsere Links, alle unsere Social-Media-Kanäle und ich brauche gar nicht erwähnen, dass wir WhatsApp haben, weil da schreibt und hört uns sowieso niemand zu. Trotzdem die 01525-964-7709. Ich freue mich über eure Sprachnachrichten, die noch nie reingekommen sind. Alle anderen diskutieren lieber auf Discord weiter, nerdizismus.de slash Discord. Da kommt ihr gerne auf unseren Server und könnt mit rumdiskutieren. Und wer uns so schreibt, möchte info at nerdizismus.de. Ja, und was haben wir demnächst? Demnächst geht die große Runde eigentlich wieder los, weil wir starten mit Star Trek 1, und zwar Star Trek Lower Decks. Wir fahren mit Star Trek 2. Irgendwann dürfte dann, ist das PK, das dann direkt weitergeht? Ja, aber PK ist erst nächstes Jahr. Okay, haben wir noch irgendein anderes Star Trek? Auf jeden Fall Star Trek Lower Decks. Wir haben Walking Dead, die nächste Staffel, die noch kommt. Wir haben vor, für alle, die nächstes Jahr auch noch bei uns sein möchten, was zu ganz viel zu Herr der Ringe zu machen. Also freut euch auf ganz viele tolle Episoden, ganz viel toll Hörzeug und ganz viel toll unser Gelaber mit ganz viel toll. Also, das war schon mal fluffiger. Ich muss ganz ehrlich sagen, du musst das nochmal wieder üben. Ich muss da einfach ein bisschen drauf bestehen, dass das in Zukunft wieder besser und professioneller gemacht wird. Außerdem stimmt es nicht, dass keiner auf WhatsApp schreibt. Dir schreibt halt nur keiner auf WhatsApp. Ich habe ja keinen WhatsApp-Zugang da. Lea hat zum Beispiel durchaus zwei, drei Antworten gekriegt, die wir auf den nächsten Hero Nerds Podcast verschieben, den du auch vergessen hast. Denn wir werden ja über What's If reden. Ja, What's If kommt auch noch dazu. Da war ja noch so ein Marvel-Ding, was man sich anschauen kann dieses Jahr. Ja, richtig. Und auch da werden wir wieder drüber sprechen. Heute geht es aber um das Suicide Squad. Den zweiten anderthalbsten Soft-Reboot-Teil, diesmal in der Regie von James Gunn, mit einer überraschenden Altersfreigabe von 16, was mich ehrlich gesagt ziemlich gewundert hat. 132 Minuten geht das Ding. Wir haben die üblichen Verdächtigen dabei, zumindest teilweise, mit Margot Robbie wieder als Harley Quinn. Und wir haben Viola Davis wieder dabei als Amanda Waller. Und das war es dann eigentlich fast auch schon. Nein, wir haben natürlich noch, ja genau, den aus For All Mankind. Ja, Joel Kinnaman. Richtig. Als Colonel Rick Fleck. Als Colonel Rick Fleck. Und der Rest ist eigentlich komplett neu. Nee, Jay Courtney als Captain Boomerang ist auch zugekommen. Ja gut, okay, ganz am Anfang nochmal. Okay, alles klar. Gut, aber er überlebt ja nicht lange. Denn wir werden am Anfang gleich mal in so ein klassisches Bait & Switch geladen. Aber bevor wir über den Film sprechen und über die Handlung reden, auch dieser Film hat natürlich wie jeder DC-Film wieder so eine Entstehungsgeschichte. Und da schwingt natürlich auch wieder was mit. Vielleicht, wir haben den letzten Film schon ziemlich zerrissen. Der war ja auch im wahrsten Sinn des Wortes zerrissen. Und das war einfach, im Englischen gibt es dieses schöne Wort Clusterfuck. Ein Desaster, ein Machwerk, einfach eine Katastrophe. Man hat so hintendran so ein bisschen erkennen können, was das mal hätte gewesen sein sollen können, wenn David Ayer gedurft hätte, wie er wollte. Und nach dem Erfolg des Released-The-Snyder-Cut haben wir natürlich jetzt einen neuen Hashtag, nämlich Released-The-Air-Cut. Ja. Das war eine ganz interessante Geschichte damals. Zack Snyder hat mit seinem Man of Steel angefangen, das DC Extended Universe aufzubauen, hat mit Batman vs. Superman, Batman wie Superman, weitergemacht. Die waren beide eigentlich ziemliche Kassenschlager. Problem dabei, bei den Kritikern ist zumindest Batman vs. Superman sowas von dermaßen untergegangen, aufgrund der Tonalität und vielleicht auch vielen anderen Geschichten, die da einfach nicht so gut gelaufen ist. Ich weiß, Fans können wieder ankommen und sagen, nee, der war doch ein geiler Film. Egal, normale Kritiker haben gesagt, dieser Film war ziemlich katastrophal. Und auch wenn viele reingegangen sind, hieß das nichts Gutes für die Zukunft. Und da man jetzt den Suicide Squad von David Ayer in der Mache hatte, hatte man gedacht, okay, scheiße, wir dürfen das nicht wiederholen. Wir müssen vielleicht doch mehr in die Richtung von Marvel gehen, die zu dem Zeitpunkt mit Guardians of the Galaxy zum Beispiel unglaublich erfolgreich waren. James Gunn hat es gemacht mit einem Konzept, was einfach abgefahren war, sind die durchgekommen. Und der erste Trailer von Suicide Squad ist damals so gut angekommen. Ich glaube, Bohemian Rhapsody war dahinter. Dass die ganz schnell David Ayer die Kontrolle entzogen haben, der Firma, die den Trailer geschnitten haben, die Schnittrechte für den Film übergeben haben, sodass die natürlich ihren Murks daraus gemacht haben und den zumindest laut David Ayer komplett verschnitten haben. Der ist seit Jahren auch dran. Und entsprechend, seitdem der Snyder Cut released wurde, beteuert er, dass sein richtiger Film, den er damals gemacht hat, viel, 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 viel besser wäre und ein ganz anderes Produkt dabei rauskam. Und ja, sagen wir mal so, der Snyder Cut war besser, aber man kann nicht sagen, dass es unbedingt auf 180 Grad dieses Produkt gedreht wurde. Deshalb glaube ich auch nicht, dass man am Ende so viel bei dem Suicide Squad hätte retten können. Egal, der ist Geschichte. Man hat sich dann gedacht, nachdem diese Filme immer weiter untergegangen sind, ist man in eine andere Richtung eingeschlagen, hat dann zum Beispiel so etwas wie den Harley Quinn-Film rausgebracht, beziehungsweise Birds of Prey, der eigentlich ein Harley-Quinn-Film ist und wollte dann eine Gelegenheit ausnutzen, als nämlich James Gunn von Disney gefeuert worden ist. Im Zuge eines Skandals rund um zehn Jahre alte Tweets. Ich wollte gerade sagen, könntest du das Wort Skandal bitte in ganz großen Anführungszeichen machen? Genau, eines Skandals. Alle, die zuschauen, sehen, wie ich die Lufthäkchen mache. Weil die neue Rechte in den USA sich im Sinne der sogenannten Cancel-Culture zehn Jahre alte Tweets von ihm rausgesucht haben, wo er etwas geschmacklose Witze rausgebracht hat. Das muss man zugeben. Aber wer verändert sich nicht in zehn Jahren? Und ich meine, es war vielleicht dumm, das alles noch stehen zu lassen. Aber ist ja ganz egal. Mittlerweile sind wir alle viel schlauer. Disney hat James Gunn gefeuert, hat ihn irgendwie ein paar Wochen später dann wieder angeheuert, weil sie selber eingesehen haben, dass das eigentlich ziemlicher Murks war, was die da gemacht haben. Und dass die von den Rechten aus den USA in eine ziemliche Ecke getrieben worden sind. In der Zeit hat DC aber gedacht, ha, ha, ha. Ihr habt ja da einen geilen Filmemacher. Den schnappen wir uns und geben ihm einfach alles, was er möchte, weil Guardians of the Galaxy ist geil. Und das haben die mit diesem Film gemacht. Die haben ihn angeheuert. Er hat ein Skript geschrieben. Er hatte volle Kontrolle. Er hatte wirklich, er durfte mit dem Scheiß machen, was er wollte. Da hat keiner drauf geschaut. Und die sind super glücklich damit. Und das sieht man auch bei diesem Produkt, das dann am Ende rausgekommen ist. Das ist ein ganz klarer James-Gunn-Film bis zur tiefsten DNA hin. Und ich hatte nach Black Widow wirklich so zum ersten Mal meine Superhelden-Müdigkeit, weil es halt auch wirklich, naja, ihr fand den ja gut, ich fand den ja eher so gän. Die Marvel-Serien jetzt mal außen vor. Aber da war ich wirklich so, ah, wenn das so in seinem, in dem Ding weitergeht, habe ich bald keine Lust mehr auf Superhelden. Aber dann holen die hier, ich sag mal, die dritte Liga der Superhelden raus. Halle Quinn mal außen vor. Und liefern ein Comicspektakel ab, was quietschebunter und lustiger, naja, lustiger schon, aber ich sag mal, mehr comichafter fast nicht sein kann, außer du gehst wieder in die Pauzeiten von Batman aus den 60ern zurück. Und ich hatte richtig meinen Spaß an der ganzen Sache. Wie ging's dir? Ich auch. Ich hab vorher mir ein paar Reviews zumindestens angelesen. Und der Duktus ging doch dahin, dass alle gesagt haben, dass das ein geiler Film ist. Und zumindestens, bevor er rausgekommen ist, hatte er auf Rotten Tomatoes und Co. bessere Bewertungen, einen besseren Score, als jeder andere Comicfilm, den es bisher gab. Inklusive solche Sachen wie The Dark Knight. Also das Ding ist bei den Kritikern abgegangen. Ich hatte hohe Erwartungen daran, allein wegen James Gunn und was ich an der Vorgeschichte mitbekommen hab. Und diese wurden nicht nur erfüllt, sondern für mich auch übertroffen. Okay, so weit würde ich nicht gehen. Also ich fand ihn geil. Ich bin reingegangen und hab gedacht, okay, schauen wir uns den jetzt mal an. Ich musste wirklich viel lachen. Ich musste sehr, sehr viel lachen. Das ist für mich immer eins der besten Anzeichen, dass ein Film gut ist, wenn ich viel lachen muss und wenn ich viel mitfiebern muss. Und das glaubt man gar nicht. Wer hat's geschafft? Ähnlich wie bei Guardians of the Galaxy, die 90% der Leute gar nicht kannten. Du erinnerst dich an deinen Kommentar von damals, denn Waschbären will sich keiner anschauen, so ungefähr, war der doch. Und trotzdem hat er aus diesen, zumindest in der Öffentlichkeit damals, B-Listen-Helden, A-Listen-Helden gemacht. Und das hat er hier auch mit den Bösewichten ziemlich gut geschafft. Weil außer, wie du es gerade schon gesagt hast, Harley Quinn und ein paar andere Leute, dürften die meisten Charaktere in dem Film den meisten Leuten, die nicht tief im Comic-Universum drin sind, völlig unbekannt gewesen sein. Absolut. Ich gebe völlig offen und wunden zu von Polka-Dot-Man. Weil eh schon mein Highlight in dem Film, wir müssen bitte gleich dann noch ausführlich über Polka-Dot-Man reden, Red Catcher 2 und King Shark hatte ich vor dem Trailer, respektive dem Film, noch nie was gehört. Ja, doch ein bisschen, ich meine, ich habe das Arrowverse ziemlich lange geguckt, bis ich irgendwann bei den ganzen Serien aufgegeben habe. Ein paar von denen sind schon zum Beispiel bei Flash vorgekommen. Der Thinker war bei Flash, zu dem ich gleich noch was sagen kann, der von Peter Capaldi, dem Dr. Huye, dargestellt worden ist. Und King Shark kam auch vor in einer deutlich schlechter animierten Version als das Ganze, weil es einfach ein TV-Budget war. Ein paar waren mir bekannt, aber dieser Polka-Dot-Man, Red Catcher 2, ja, nee, hat mir auch vorher gar nichts gesagt. Ja, ich muss jetzt auch gerade mal hier den Mocker und Twitch begrüßen. Das ist sehr lustig. Der hat mein Poster hinter mir beim Spaziergehen von draußen gesehen und hat jetzt eingeschaltet. Hallo Mocker und Twitch, schön, dass du da bist. Das nenne ich doch mal, ja. Die Hössel-Community fällt zusammen. Das ist doch mal, das ist doch mal traumhaft, ja. So kann es gehen. Wunderbar. Wir, ich will ganz kurz mal über die Handlung sprechen, bevor wir dann weiter da über den Film reden. Also worum geht's? Die Amanda Waller rekrutiert mal wieder ein Superhelden-Team, um auf einer Insel namens Corto Maltese, die kennen wir übrigens auch aus dem DC-Universum, müssen wir gleich noch mal kurz drüber reden, ein Mehr über das Projekt Starfish rauszukriegen, beziehungsweise sie sollen die Infos darüber vernichten. Die erste Landung geht grausam schief, es gibt aber noch ein zweites Team, das an Bord oder auf der Insel ist, nämlich bestehend aus Peacemaker, Bloodsport, Red Catcher 2 und Polka-Dot Man und Kingshark und ja, man dringt dann in die Festung Jotunheim ein, um sich dort der Informationen rund um Projekt Starfish zu bemächtigen. Unterwegs befreit man dann noch Harley Quinn, die beim ersten Team dabei war, was aufgerieben wurde, unterstützt noch ein paar Guerrieros und zettelt nebenbei noch einen Startstreich an. Am Ende gibt's ganz große und jetzt kommen wir schon ein bisschen so in die Spoiler-Section, wobei, so viel Spoiler-Sisschen, nicht, weil es eigentlich überall schon angeteasert wurde, kommen wir dann in die Kaiju-Ecke sozusagen, ja, großes außerirdisches Monster, also eigentlich Patrick Star, ja, macht, ähm, dann Corto Maltese platt und unsere Helden müssen eingreifen. Du sagst immer Helden, das sind keine Helden, das sind Anti-Helden, ja, Anti-Helden, das sind die Bösewichte, das muss man hier sagen, die Task Force X ähm, besteht nicht aus Superhelden, denn sie besteht aus Bösewichten, die dazu gezwungen werden, ähm, Aufgaben auszuführen, für die Superhelden äh, nicht gut genug sind, beziehungsweise, äh, für die sich Superhelden nicht missbrauchen lassen würden. Ähm, ich bin aber dann trotzdem der Meinung, dass das am Ende dieses Films Helden sind. Ja. Ich sag dir dann auch gleich, warum. Ähm, können wir, können wir, wenn wir am Ende sind, noch drüber reden. Ähm, wir haben also im Grunde genommen dieses kunterbunte, etwas episodenhafte, hm, ich hab lange gebraucht, bis ich so gemerkt, okay, what's the point, ja, was ist jetzt so the big picture, und ich hatte am Ende so ein bisschen, ha, er ist auch wieder 132 Minuten lang und es ist für mich wieder einfach ein Bösewicht zu viel. Es ist halt so wieder dieses Spider-Man 2 Problem, ja, oder Spider-Man 3 war das gleich, wo man halt den Green Goblin hatte und Sandman und noch Venom, also das, was das Venom sein sollte. Ähm, ja, auch hier entweder Starro oder dem bösen El-Präsidente, aber irgendwie nicht alles beide. Ja, also, da muss man sagen, diese Corto Maltesen, die waren nicht wirklich die Bösewichte in dieser Geschichte. Natürlich haben sie eine typische Stellung eingenommen. Anfang schon, bis Harley Quinn den Typen dann erschießt, also. Ja, aber sonst wären die für die Suicide Squad, für die Suicide Squad selber sind die doch absolut unwichtig. Ähm, Harley stößt auf die und kann dementsprechend ein paar killen, aber ansonsten wären die doch direkt nach Jotunheim durch und hätten sich nur mit der Armee beschäftigen müssen, aber nicht irgendwie mit den Führern dieses, dieses Militärstaates. also deshalb die, ja, das sind so Nebenbösewichte und der Hauptbösewicht ist eigentlich mal wieder, ja, die USA und ihre Experimente. Ist das, kann man das eigentlich auch Vogue nennen, wenn das so ein Trope ist im Grunde genommen, auf den USA und ihren Experimenten rumzubäschen? Ist das auch Vogue? Ja, okay, dann ist das auch Vogue, okay, alles klar. Aber lass uns doch nochmal vielleicht den, den, den Anfang besprechen. Die, die Switch and Bait, die Bait and Switch Nummer so. Genau, die Bait and Switch Nummer, die ich sowas von großartig fand, die auch zum Marketing gepasst hat, obwohl ich zum Marketing noch einen Kommentar habe und zwar, ich werde jetzt in Zukunft, ich muss mich ganz, ganz strikt daran halten, nur noch Teaser zu sehen und nichts anderes. Ich habe sowas von keinen Bock mehr auf diese Trailer, die wirklich viele der richtig guten Szenen verraten und auch bei Suicide Squad haben die einfach schon Clips rausgebracht aus den Szenen, die einen dann im richtigen Film ziemlich gespoilert haben. Wollen wir uns jetzt nicht die, nicht die komplexeste Story, aber zum Beispiel mit diesem The Detachable Kit gab es Clips. Wollen wir uns den Trailer mal eben angucken? Wir können uns den Trailer gerne einmal anschauen, ja. Ich habe ihn, ich habe da mal was vorbereitet. Robert Dubois ist in prison für die Superman in der ICU mit einem Kryptonite Bulletin. Wir werden in der Suicide Squad werden. Wir werden sehen. die war. Ihr Date ist um, und Miss Waller sagt, vielleicht kann ich mir helfen. Du bist in meine Tür! Everyone stand down. Miss Waller, I don't... Stand down! Ich würde so extrem measuresieren. Wenn diese Mission nicht mehr wichtig wäre, wären Sie in oder aus? Gut. Let's meet your team. It's okay, I'm not okay. Each member has chosen for his or her own completely unique set of abilities. I need to feel the raindrops on my head, on my head. Hey guys, sorry, I'm late. I had to go to number two. Good enough. Is this thing a dog? Was passiert? Da musst du schon wieder den Ton ausmachen, weil du kriegst schon wieder den Copyright Claim bei YouTube. Es ist so... Es ist so lächerlich, ne? Ne, es ist halt so. Also... Es ist ja nicht nur der Trailer, der im Marketing mit vielen Szenen rumspielt. Gerade die Szene, die dann später noch kommt, wo Harley Quinn befreit wird von denen. Oder... Ja, genau. Wo die am Anfang auf der... Wo die alle gegeneinander kämpfen. Am Anfang am Strand. Aber auch so spätere, dass Starro auch schon im Trailer vorkommt. Ich meine, man zeigt doch schon den ganzen Film mal wieder, was mich tierisch stört. Egal. Ich habe mich darauf beschränkt, demnächst wirklich nur noch Teaser zu schauen. Habe ich jetzt zum Beispiel bei Shang-Chi und The Eternals gemacht. Ich werde mir keine Trailer mehr davon ansehen. Zurück zum Original Point. Der Anfang. Dieses Bait and Switch, wo man auch aus dem Trailer ein paar Figuren sieht, die in die Suicide Squad reinkommen und die das schon sehr anfängt, zum Beispiel wie der Erste. Dass man einfach nur ein bisschen Exposition bekommt und dann wird man direkt in die Action reingeworfen. Und dann gehen sie alle drauf. Und das zeigt ganz blöd... Allein diese erste Szene. The Weasel is dead. Die dieses blöde Ding ins Meer reinwerfen. Hat jemand geprüft, ob das Ding schwimmen kann. Ich musste so lachen, als ich das mitbekommen habe. Und dann sieht man, wie alle draufgehen. Passt zum Film. Dieser Film heißt Suicide Squad. Und dementsprechend sollen auch Leute draufgehen. Auf die blutigste Art und Weise. Ich habe lange keinen so blutigen Film auf einer Kinoleinwand gesehen. Auf einem kleinen Fernseher wäre es wahrscheinlich was anderes gewesen. Aber auf einer Kinoleinwand kam mir das Ding ultra brutal, aber auch passend brutal vor. Und der ganze Anfang hat mich so gut auf den Film eingestimmt und mir gezeigt, was wir erwarten können. Das war für mich grandioses Kino. Hast du Nathan Fillion erkannt? Als TDK ich nicht. Ja, ich habe ihn erkannt, aber ich erkenne seine Stimme auch immer direkt. Also von daher, das ist für mich kein Problem. Und ich habe irgendwann mal vorher mitbekommen, dass er dabei sein soll. Ah, okay, gut. Das wusste ich nicht. Und hast du Flula Borg erkannt? Ja, aber auch deshalb, weil ich wusste, dass er mitspielt. Und eines der ersten Promotion Materialien, die rausgekommen sind, war halt mit Flula Borg, wie der über seinen Charakter spricht. Deshalb hat es mich hier dann im Gegensatz zum Marketing überrascht, dass der direkt auch mit draufgegangen ist. Für alle, die nicht wissen, wer Flula Borg ist, Flula Borg lebt in den USA und ist ein deutscher YouTuber in den USA und ist relativ erfolgreich. Im Grunde genommen macht er, ehrlich gesagt, eigentlich nur the typical German. He speaks English with a very strong accent. Yes. And he talks about driving on the Autobahn. And with this number, he made it to the Jimmy Kimmel and all the rest. And he talks like that on the YouTube videos. And the people like it. Das ist mehr oder weniger die ganze Nummer. Aber, Kudos, ja. Der ist erfolgreich da drüben. Absolut. Hier ist er weniger bekannt. Hier kennt ihn eigentlich keiner. Das heißt, es gibt jetzt einen dritten Exportschlager. Das heißt, wenn du also ins Ausland gehst, kannst du entweder Bier brauen, Metzger, respektive Bäcker sein. Und als viertes kommt jetzt noch dazu, the German YouTuber. Yeah. You can make that. You can make that too. So, if the carrier with the podcast here doesn't go anymore, we go to the USA and make our reviews there with this accent, then it will work. Yes. Ja. So, so war das. Und da habe ich natürlich, da habe ich wirklich, da habe ich zum ersten Mal sehr laut gelacht, weil ich mir dachte so, das ist ja geil. Also den Typen da reingepackt. Und da habe ich mir so ganz kurz gedacht, okay, jetzt würde ich gerne mal, das ist wieder mal so ein Gag, der halt im Deutschen halt nicht, ich wette, sie geben ihm im Deutschen einen bayerischen Akzent. Du warst im Englischen auch drin? Ich habe englische Original-Version gesehen. Ja, okay. Ja. Sonst hätte ich es auch, glaube ich, nicht gecheckt, weil ich nicht wusste, dass er mitspielt. Und ich habe ihn dann nur aufgrund, dass es, weil er halt seinen Akzent wieder macht, erkannt. Und ich bin mal gespannt, wenn ihr in der deutschen Version von Suicide Squad wart, dann schreibt doch mal, ob sie Javelin irgendeinen deutschen Dialekt gegeben haben. Ich tippe darauf, dass sie bayerischen Dialekt gegeben haben. Aber vielleicht auch was Berlinerisches oder so ein Ossi-Dialekt oder so, keine Ahnung. Schreibt das mal in die Kommentare, würde mich mal interessieren. Ja, das war dein Click-and-Bait. Da warst du also schon mal dein Click-and-Bait, dein Bitch-and-Switch-and-Bait, mein Gott. Und da warst du dann also schon Bait-and-Switch so rumheiß, was ist denn los heute? Ja, Herrgott, zack nochmal. Und da warst du also schon dann ganz begeistert. Da hat der Film mich also schon gehabt. Ja, ja, da hat er mich absolut gehabt. Das war, das fand ich supergeil. Ich war ja dann doch, also mich hat er insofern auch, gehabt hat er mich noch nicht, aber ich war schon überrascht, weil ich halt irgendwie gedacht habe, naja, also jetzt frage ich mich natürlich schon, wie sie irgendwie den, mein Gott, wie heißt der jetzt wieder, der aus Walking Dead, mein Gott, jetzt komme ich gerade nicht drauf, du weißt, wen ich meine. Ja, ja, ich, ja. Genau. Ja. Wieso komme ich denn jetzt auch nicht drauf? Genau, und aus, äh, und aus Guardians of the Galaxy, genau der, der vom Anfang, der mit den weißen Haaren, auf dem ich gerade nicht komme, weil ich mir dachte so, ach, ob die das jetzt durchziehen, so ein prominenten, bekanntes Gesicht aus einem anderen Comic-Universum jetzt als Hauptcharakter da durchziehen? Michael Rooker. Genau, danke. Habe ich mir gedacht, das ist aber mutig, ja, und während ich noch so drüber nachsigniere, dass das aber mutig ist, ist er schon weg. Ja, aber, äh, das war nicht, das war übrigens nicht das einzige Cameo, ähm, aus Guardians of the Galaxy. Der hat sich ja, äh, seinen Bruder geschnappt, der in Guardians of the Galaxy zumindestens die Puppe von, äh, von Rocket Raccoon spielt und auch noch einen Nebencharakter spielt. Der war auch wieder dabei als Weasel und noch eine Nebenrolle. Ähm, dann diese, ach, wie hieß sie? Mantis. Mantis, genau. Die die Mantis spielt in Guardians of the Galaxy, die war in einer kurzen Szene zu sehen als Tänzerin, äh, dabei. Ja, die hat als Tänzerin in der Bar-Szene kurz durch den Hintergrund gehutscht. Also, von daher, da war schon einiges dabei. Naja, gut, und nachdem halt dann die erste Nummer vorbei ist, kommt halt dann das richtige Team, beziehungsweise Harley überlebt, wird gefangen genommen. Und wir erleben Abenteuer auf Corto-Maltese. Und Corto-Maltese, da hat's bei mir irgendwie so geklingelt, ich so, Corto-Maltese, das kenn ich doch, Corto-Maltese, das kenn ich doch, woher kenn ich Corto-Maltese? Und im Auto fiel es mir dann ein, stimmt, Corto-Maltese ist, also daher kenn ich's, ist im DC-Comic-Universum so eine Standardinsel, auf der alles Mögliche passieren kann. Die kommt also immer wieder vor. Mir ist sie aber bekannt gewesen, dass das nämlich die Insel ist, oder, dass es eine Insel ist, wusste ich nicht, aber, dass das der Ort ist, bei dem Vicky Vale in Tim Burton Batman die Fotos macht, wofür sie den Poli zerbeiß kriegt. Da sieht man irgendwann so ein Time-Magazin, ganz prominent im Bild. Und, äh, da steht dann dann The War of Corto-Maltese, Pictures bei Vicky Vale. Und Bruce Wayne hat das dann so in der Hand, wirklich super Fotos und so, ja. Boah, Alter, da wäre ich ja nicht mehr ansatzweise drauf gekommen. Ich musste, ich musste wirklich lange überlegen, aber ich hab ihn ja erst vor ein paar Wochen gesehen, den Tim Burton. Und Corto-Maltese hat dann so irgendwie, und ich so, das ist das echt? Gibt's das wirklich? Nein, die Insel gibt's doch nicht, die gibt's doch nicht. Habe ich die kurz gegoogelt? Und ich so, natürlich gibt's die nicht. Und wie ich's bei Google eingebe, um zu gucken, merke ich's, ach nee, stopp, das war doch das aus Batman. Und dann kurz nachgeschaut und genau, so war's dann auch. Ja, ich muss ja sagen, der eigentliche Plot ist ja hier wirklich fast egal. Gut, die sind auf einer Standardinsel mit Standardbösewichten, wo ein Experiment irgendwie misslungen ist oder irgendwas mit einem bösen Experiment stattgefunden hat. Und das Wichtige sind hier die Interaktionen und die einzelnen Szenen mit den Charakteren. Und dadurch lebt der Film. Ich sag ja, das war das, was so ein bisschen episodenhaft war. Natürlich ist es alles für sich lustig, also wo sie dann halt eben aus Versehen die Guerillas killen, ja, also die Guten halt, ja. Es war so ein bisschen mit Ansage, aber es war trotzdem sehr spaßig. Also von daher, da war schon einiges dabei. Aber gehen wir doch mal so ein paar Charakter durch. Und ich hab gerade, du hast gerade eben mich korrigiert, als ich sagte, es sind Helden, du sagtest, es sind Anti-Helden. Für mich sind es Helden, weil das sterbliche, verwundbare Charaktere sind, die am Ende wirklich eine Heldentat begehen und ein echtes Risiko auf sich nehmen, nämlich zu sterben. Okay, no one's ever really gone, schon klar. Aber die nehmen schon so, ich sag mal, ein Risiko auf sich, dass ein Superman jetzt halt nicht so auf sich nimmt oder nehmen muss. Und von daher fand ich, da sind es schon mal wieder Helden, die Spaß machen, mit denen man auch mitfiebert. Ich habe da wirklich mitgefiebert, ob es eben Redcatcher 2 schafft oder Polkadot Man und so weiter und so weiter. Für mich hätte es eigentlich diese Peacemaker-Switch-Side-Nummer gar nicht mehr gebraucht. Die hätten auch zusammenbleiben können. Also, das meinte ich mit dem zu viel, zu viel Bösewichte. Plötzlich ist der noch böse und dann der und so. Ist dir übrigens bewusst, dass es im Dezember eine Peacemaker-Serie geben wird? Auf HBO, ne? Deswegen war ja auch der Nachklapp, die Post-Credit-See noch da, ne? Genau, genau. Die haben nämlich während des Films gleichzeitig die Serie abgedreht. Okay. Und ich habe die ganze Zeit mich gefragt, machen die ein Prequel daraus? Man, ein Sequel können sie ja nicht machen. Und dann kam die After-Credit-Impost-Credit-Scene. Und dann war es klar. Ja, ja. Dann war es klar. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, also John Cena, ja, ganz nett. Ich habe mich jetzt nicht so umgehauen. Das ist halt so eine Karikatur eines Superhelden. Ja, also... Er soll... Von denen hätte ich, weißt du, hätte ich lieber die Abenteuer von Taika Waititi weitergesehen und seiner Tochter. Hätte ich spannender gefunden. Oder ich würde eigentlich ganz gerne sehen, wie Bloodsport Superman verletzt. Das würde ich mal ganz gerne sehen. Ja, das wäre sicherlich auch spannend. Das ist übrigens auch eine der Entscheidungen, wo ich froh bin, dass sie ein Soft-Sequel-Reboot daraus gemacht haben. Will Smith, der hat für mich auch in den ersten Filmen nicht wirklich reingepasst. Nein. Und Idris Elba, übrigens auch noch ein Marvel-Veteran, der zu DC jetzt rübergekommen ist. Er ist ja die ganze Zeit als Heimdall in Thor und Co. unterwegs gewesen. Es war für mich... Ich meine, der Typ ist sowieso ein Schambolzen und ich mag ihn in fast allen Sachen, wo er drin ist. Aber der hat so wunderbar gepasst. Wenn man es auch wieder mit dem ersten Film vergleicht. Da haben wir Deadshot, der von Will Smith gespielt wird. Und der muss ja auch irgendwie... Der will das ja alles für seine Tochter tun am Ende. Und dann hat man quasi eins zu eins die Geschichte, aber mit einem Dreh, die funktioniert. Die diesmal funktioniert vor allem nicht auch für einen Bösewicht. Also wie gesagt, es sind weiterhin Bösewichte. Wenn man in die klassische Riege der DC-Lexikon reinschaut, das sind alles Antagonisten, die gegen die Superhelden kämpfen. Und Task Force X besteht halt aus diesen B-, C- und D-Bösewichten. Manchmal auch A-Bösewichte, die dann Aufträge erfüllen müssen dafür. Und das macht es viel sympathischer. Der muss nicht seine Tochter retten, weil er ein guter Kerl ist. Der hat keinen Bock seiner Tochter zu helfen. Er ist eher frustriert, das zu machen, aber hat dann vielleicht einen Kern, einen winzig kleinen Kern von was Gutem. Weiß aber, dass er eigentlich ein Arschloch ist. Ja, da ist natürlich auf jeden Fall was dran. Mein absolutes Highlight neben Redcatcher 2 war auf jeden Fall der Polka-Dot-Man. Dem sie natürlich, sag ich mal so, dem passendsten normalen Namen ever gehen konnten, der natürlich Norman Bates mit richtigem Namen heißt. Und der einfach den besten Mutterkomplex hat, den ich jemals auf der Leinwand gesehen habe. Das ist, mir tut ja schon fast die Schauspielerin leid, die dann diese Mutter verkörpern musste. Aber erst mal diese Fähigkeit. Ich habe mir mal, weil ich nicht wusste, was Polka-Dots sind, habe ich mir das mal rausgesucht. Bei Polka-Dots handelt es sich um ein Punktemuster, bei dem meist weiße oder schwarze Punkte auf einem unifarbenen Untergrund treffen. Die Punkte sind dabei oft nicht regelmäßig, sondern leicht versetzt angeordnet. Dieses verspielte Muster ist sehr auffällig und hat dadurch einen sehr großen Wiedererkennungswert. Das ist Polka-Dots. Wusst ihr nicht? Habe ich wieder was gelernt. Okay. Hm. Interessant. Ja, ich habe mir da irgendwie nichts mehr dabei gedacht. Irgendwann wurde erklärt, dass das diese Punkte sind. Und dann dachte ich, das ist irgendwie so ein Disco-Ding, wie die heißen. Aber mehr habe ich mir gar nicht mal, habe ich noch nicht mal danach geschaut. Ich habe auch ehrlich gesagt nicht Polka verstanden, sondern irgendwie Poker-Dots. Und dann dachte ich, das sollen Poker-Chips sein oder irgendwie sowas. Das war so mein erstes Gefühl. Okay, jetzt ist es völlig absurd. Wer verschießt denn Polka-Chips? Aber okay. Und dann hast du ja eigentlich, wo wir gerade bei den Bösewichtern waren, haben wir ja eigentlich noch einen richtigen Bösewicht. Dann kommen wir nämlich zu den ganzen Bösewichten, die da wieder waren. Und dann wird die Reihe nämlich doch länger. Denn wir haben ja noch einen Doktor da drin. Ja. Der Finca. A.K.A. Doktor. Du bist mehr im Doctor Who-Universum drin. Doctor Who, ja. Peter Capaldi, der 13. Doktor. Der 12. Doktor. Boah. Ich habe lange nicht mehr ordentlich geschaut. Ja, auf jeden Fall für drei Staffeln vor Jodie Whittaker, der Doktor. Und für mich war es leider die Enttäuschung des Films. Ich wusste, dass Peter Capaldi da mitspielt und habe auch ein bisschen von ihm erwartet. Aber dadurch, dass ich auch schon die Flash-Serie gesehen habe und dass der Thinker in einer Staffel den Hauptbösewicht gegeben hat, fand ich den komplett enttäuschend. Ich meine, der hätte jeder x-beliebige Wissenschaftler sein können. Denn Thinker macht eigentlich aus, dass er so intelligent ist, dass er alle Situationen schon vorher durchdacht hat. Und eigentlich, wie beim Schachspiel, dich immer ausmanövrieren kann, weil er sich einfach so intelligent gemacht hat. Und dementsprechend durch sein Zeug, was er mit sich getan hat, fehlt ihm auch jede Menschlichkeit am Ende. Und das sieht man nur an seiner Maske und an der Art und Weise, wie Peter Capaldi seinen schottischen Akzent einsetzt. Alles andere, in dem, wie er agiert, ist doch total bescheuert und lässt mich mal ansatzweise auf einen intelligenten Menschen etwas zurückführen. Ja, also mir war er ehrlich gesagt auch, ich kannte die Figur jetzt nicht, weil ich das Arrowverse nie geschaut habe. Aber ich dachte mir auch so, okay, wo ist der jetzt so mega clever? Also klar, als Wissenschaftler, okay. Aber so als Brain irgendwie so halt gar nicht, ja. Da gibt es bestimmt wieder eine Menge Fan-Outrage, von dem wir überhaupt nicht verstehen, weil uns der Charakter halt völlig wurscht ist. Ja, nee, aber er wurde halt auch wirklich, ähm, er wurde halt auch wirklich nicht gut dargestellt. Das Einzige, was gut dargestellt war, ist seine Maske. Aber das war es auch. Mhm. Ja, aber die war, also es gab einige Szenen in dem Film, bei denen ich mir gedacht habe, oh, das wird schlecht altern. Ähm, ich meine jetzt gar nicht mal die CGI, sondern da meine ich so zwei, drei, vier Szenen, wo ich mir gedacht habe, boah, das ist so cringe. Das hat schon fast so, äh, 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 hier Daredevil-Niveau mit, mit Ryan Reynolds, ja. Ähm, eine war eben auch dieses, diese Maske und das ganze Auftreten von dem Film. Äh, Daredevil, Ben Affleck und Ryan Reynolds. Ben Affleck, genau. Ben Affleck, ähm, dieses Auftreten und die Maske und den Habitus vom Finca, das wird ganz, ganz, ganz schlecht altern. Das wirst du in drei, vier, fünf, vielleicht spätestens in zehn Jahren gucken und denken, alter, was ein Scheiß, was ein Scheiß, ja. Ich glaube nicht, dass das, dass, dass, dass das gut altert. Da waren noch so zwei, drei andere Szenen dabei, wo ich mir so gedacht habe, so, ah, ah, ah. Und dann gab es wieder so Highlights, wie, natürlich, und man muss es einfach immer wieder sagen, äh, Margot Robbie saves die MCU, ganz ehrlich, ja. Also das ist, äh, alle Szenen mit ihr machen einfach Spaß. Ja. Alle Szenen, alle, wirklich alle Szenen mit ihr sind einfach, man guckt sie gerne, sie sind kurzweilig, man weiß nie, was sie als nächstes vorhat. Ja, dass sie den Typen erschießt, habe ich nicht kommen sehen, ja, ganz ehrlich nicht. Und, ähm, sie hat auch eine Charakterentwicklung, ja, indem sie halt ja wortwörtlich sagt, so, ich hab meine Freunde und, äh, immer einfach so gehabt, aber jetzt weiß ich, was schlechte Anzeichen sind, Red Flag Symptoms, ja. Und wenn er, see a red flag, I, ähm, I, ähm, was sagt sie dann, dann handel ich, ja. Ja, das ist aber auch, also sie ist ja im ersten Suicide Squad aufgetreten und war dann eigentlich nur Eye Candy. Sie hat durch die Darstellung von Margot Robbie gelebt im ersten, aber das war's auch. Und im ersten hat man sich auch deutlich gefragt, wieso ist die Teil eines Bösewichten-Teams, das Superkräfte haben soll, weil die hatten Baseballschläger und da ist jeder Militärtyp besser. In Birds of Prey hat man's dann noch besser verstanden, aber hier ist die ja die totale Kanone, also die, die Killerin schlechthin. Hier sieht man alle Seiten von Harley Quinn, die man wirklich sein, sehen sollte, wie ultra gefährlich diese Frau ist und wie einfach bekloppt sie auch dahinter ist. Sie hat von, von Suicide Squad über Birds of Prey bis hierhin echt eine Entwicklung durchgemacht und das, äh, muss man auch Margot Robbie verdanken, weil ihr das mittlerweile dieser Charakter in Fleisch und Blut übergegangen ist. Aber diese, diese Unberechenbarkeit und dieser wirkliche Wahnsinn, wie sie den, äh, darstellt, das ist schon top. Absolut. Ähm, top war's auch inszeniert, endlich mal Action ohne Wackelkamera, die trotzdem dynamisch war, ja, man wusste immer, was passiert, wer mit wem kämpft, die Szene mit Harley Quinn, wo sie sich befreit, ja, und dann so in ihre eigene Welt abdriftet, ja, mit den Vögelchen, die dann so zwitschern, das war natürlich wunderbar gemacht. Und die dann noch im Hintergrund weitergezwitschert haben, während sie die Szene verlassen hat, ne? Ja, ja. Und, äh, ist dir aufgefallen, dass, als sie in diesem Rundgang steht, dass das Ganze gefilmt ist, wie in der ersten Folge von Mandalorian, IG-88, ähm, wo sie mit der Waffe so dasteht und sich so dreht und dann so macht und ist genauso wie als der, wie bei Mandalorian, als IG-88 oder wie auch immer der Roboter da heißt, äh, auf dieser Ranch steht und dann auch genau so die ganzen Bösewicht, der Killer, steht auch nur so in der Mitte und dreht sich so um die eigene Achse. Und das, äh, war, war auch so mehr oder weniger das, das gleiche Bild. Und ich kann, fand die Kamera wirklich gut, die Effekte fand ich auch gut, wie gesagt, die Charakter sind schon ein bisschen grenzwertig teilweise, klar, gehört irgendwo dazu, wird aber meines Erachtens schlecht altern, wird man sich, glaube ich, nicht mehr so angucken können. Und, ja, und dann kam natürlich am Ende noch Starro. Ein, wie so Alice, hab ich noch, was da drin war, was ich sehr schön fand, ähm, die Transition-Texte, wie die dargestellt worden sind, sei es, ob, äh, man gesagt hat, äh, hat am Strand, now, oder irgendwelche Zeitangaben, Jotenhain aus verschiedenen, äh, äh, Dingen, die auf dem Gebäude da sind und dann erst, äh, next mission, Jotenhain, wischt weg, Harley in Rauch dabei, ähm, wunderbar visuell rübergebracht, das Ganze. Da hat das Forever Nerd Girl vollkommen richtig angemerkt, das wäre so diese kleine Hilfestellung gewesen, die man beim Witcher hätte gebrauchen können. Ja, ja, ja. Übrigens von Sylvester Stallone gesprochen, der auch bei Guardians of the Galaxy 2 ja dabei war, ähm, dementsprechend, äh, James Gunn rekrutiert einfach seine Leute, die haben Bock, mit ihm zusammenzuarbeiten. Äh, ach so, eine Sache, die mir von Guardians of the Galaxy noch eingefallen ist. Ich bin gespannt, welche Easter Eggs hier auftauchen, die Fans nicht entdecken. Angeblich gibt es im ersten Guardian of the Galaxy immer noch ein Easter Egg, das nach all den Jahren nicht von Fans entdeckt worden ist, dass James Gunn immer wieder anteast und immer wieder denken, die Leute, sie hätten es gefunden und haben es nicht gefunden. Wenn er, wahrscheinlich hätte er auch irgendwelche Sachen hier gemacht, was ich, was ich sehr, sehr schön fände. Aber, äh, Nanawe als Charakter und als Effekt fand ich super. Der wirkte so plastisch und so gut animiert. Ja, da gebe ich dir recht. Wobei ich mir über seine Kräfte nicht ganz im Klaren war. Der Stark. Ja, und, 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 und verwundbar, de facto. Ja. Okay. Äh, und dann doch wieder nicht. Also Kugeln prallen an ihm ab, aber diese kleinen Quallenmonster können ihm beißen, so. Er ist so ein bisschen der Hulk des Teams gewesen. Ja. Nachdem der, der Krokodok da vom letzten Mal halt dann auch wieder raus war. Ja. Vielleicht war das Easter Egg, dass sie im Gefängnis alle Crocs tragen. Wer weiß. Ja, vielleicht, vielleicht war es das gewesen. Äh, ja, und wie gesagt, du hast ihn gerade schon erwähnt, am Ende kämpfen wir dann noch gegen Starro the Conqueror. Und da habe ich ihn so ein bisschen mir gehadert, weil ich mir dachte so, oh, Kai Drew Action, da bin ich jetzt irgendwie so gar nicht in der Stimmung für. Hm, da haben Sonntag am Tag vorher auch gerade noch Monster Hunter gesät. By the way, gar nicht mal so scheiße ist. Gar nicht, gar nicht mal so scheiße. Also, ich habe. Boah, nee, muss ich mir nicht antun. Ich habe viel Schlimmeres erwartet und dann war er am Ende des Tages gar nicht so schlecht. Also, er ist schon schlecht. Bei dieser Medienübersättigung weiß ich zum Glück, was ich auswählen kann zu gucken und nicht. Er ist schon schlecht, ja, aber ich habe schlechter erwartet und von daher ging es. Ja, und dann war ich erst so, oh, jetzt so ein, also andersrum. Am Anfang dachte ich mir bei Tentakel irgendwie, oh, Picard, oh, Hydra, oh, irgendwas, bitte nicht. Und dann stimmt, ich hatte den Starro vergessen oder so, stimmt, das ist Patrick Star, habe ich ganz vergessen. Der war dann in der Tat gut animiert. Er ist natürlich schon in dieser Größe, ist es natürlich schon und dann sind wir wieder bei dem Comichaften dieses, dieses, dieses Films. In einem MCU hätte der nicht so ausgesehen. We have a freaking Kaiju up in this shit. Das hat zum Film gepasst. Exakt und auch, und auch die, die Skurrilhaftigkeit dieses, die Skurrilität dieses, dieses Seesterns, ja, der einfach völlig albern aussieht und völlig over the top ist. Also, ich glaube, Marvel würde mit diesem Kaiju Monster echt ein Problem haben, weil den kannst du in den realistischen Ansatz der Avengers schon so, so doof, ja, so, so cheesy mit diesem Riesenauge. Und den kannst du den so gar nicht mehr reinpacken. Du musst den eigentlich irgendwie Richtung The Kraken verändern oder so, weil sonst geht's nicht. Ja, da hoffe ich ja, dass die nächsten Filme, sowas wie Eternals und Co. oder der Quantumania, der dritte Ant-Man, solche Elemente mehr einführen. Solche verrückten Sachen, dass sie da mehr wagen, weil es gibt sehr viel Potenzial, genau solche Dinge mit reinzuführen, mit einzuführen. Und vielleicht macht's ja der dritte Guardians of the Galaxy, wo James Gunn seit zig Jahren das Skript stehen hat und es nur verfeinert. Und er meinte, es wäre das Beste, was er jemals geschrieben hat. Aber jetzt auch von dem Film ist er auch am stolzesten drauf. Das ist für ihn sein bester Film, den er bisher gemacht hat. Ich würde halb zustimmen. Den ersten Guardians of the Galaxy fand ich besser, wegen diesem mehr Familienfeeling in dem ganzen Ding drin. Aber er ist schon gut. Und ja, Starro war von der Animation und von der Skurrilität einfach wunderbar. Und trotzdem richtig bedrohlich durch die Viecher, die er da abgesondert hat aus seiner Achse und quasi alle übernehmen konnte. Also da hätte man schon sehen können, dass das Ding gefährlich ist, was es am Ende aber eigentlich nicht war, dadurch, dass es durch dieses eher underpowerte Team besiegt werden konnte. Also da hätte Superman dann seinen Spaß mit gehabt. Ja, eben, genau. Das meine ich halt. Für dieses Team stand halt wirklich was auf dem Spiel. Wenn da Superman gekommen wäre, wäre da halt nichts auf dem Spiel gestanden. Aber allein dieses wunderbar optische, wie Harley dann mit dem Stab in das Auge reinspringt, was fantastisch aussieht, andererseits total eklig ist, weil sie die ganze Zeit in dieser Flüssigkeit auch den Mund auf hat. Und wo die Ratten dann die Nervenzellen von ihm zerfressen. eklig und fantastisch gleichzeitig. Ja. Lass uns noch kurz über die Ratten sprechen, an denen Henry Jones Senior seine wahre Freude gehabt hätte. Ja. Und auch das ein Plot, der mich durchaus, der interessant klingt einfach so. Wo ich mir denke so, hey, Taika wa Titti und das Mädel, fünf, sechs Folgen Miniserie, so schlecht kann das gar nicht sein. Ja. Ja. Auch von dem inszeniert, könnte ich mir ehrlich gesagt vorstellen, so scheiße kann das gar nicht sein. Also von daher, da würde ich ganz gerne mehr sehen. Ja. Und da sieht man einfach, genau durch solche Szenen, dass diese Charaktere mit einer Hintergrundgeschichte geschrieben worden sind. Es sind nicht nur 2D-Figuren in einer 2D-Welt. Nee, das sind runde Charaktere mit ihren Schwächen und Stärken, die hier gezeigt werden. Und bei dem sich irgendwer was gedacht hat, die einzuführen, nicht nur, dass sie gut auf dem Bildschirm aussehen würden. Und dieses Zusammensetzen einer dysfunktionalen Familie, die dann zusammenwächst, das ist als Konzept, funktioniert in Filmen immer wieder sehr gut. Und hier hat es entsprechend auch gut funktioniert, weil wir einfach Leute dahinter haben, die es drauf gehabt haben. Und die wissen, wie sie Charaktere schreiben müssen. Sogar den Milton haben sie gut geschrieben. Ja, sogar den Milton. Ich meine, dieser Birds of Prey, muss ich sagen, Harley war okay. Sie ist mir da sympathischer durchgeworden. Birds of Prey fand ich auch okay als Film. Aber als Charakter an sich ist sie mir erst im The Suicide Squad richtig ans Herz gewachsen. Ja, wie gesagt, da bin ich vollkommen bei dir. Das war wirklich ein nettes Kinoerlebnis, nach so langer Zeit mal wieder im Kino zu sein. Wobei, das Kino war nicht voll, muss ich ganz ehrlich sagen. Gut, jetzt, wobei, Samstagabend, OV, also der Chinese gegenüber, bei dem wir ruckgedrungen essen mussten, der war rammelvoll. Ähm, aber das Kino war nicht voll. Es waren vielleicht 20 Leute drin. Wir sind weiterhin am Anfang einer vierten Welle. Wir sind in der Delta-Variante. Die Leute fühlen sich noch nicht wohl, zurück ins Kino zurückzugehen. Was man auch an einem Box-Office des Ganzen merkt. Der ist leider im Box-Office etwas untergegangen. Mag in den USA noch damit dran liegen, dass sie noch mehr zu kämpfen haben mit dem aktuellen Corona-Ausbruch. Und auch noch das Ganze auf HBO Max gleichzeitig sehen können, wer es sehen möchte. Deshalb, ja, ich würde mir eine Fortsetzung wünschen. Aber die Zahlen sprechen bisher eher dagegen. Warten wir mal auf den DVD-Release. Ähm, ja, wer mehr von uns sehen möchte, der kann das natürlich nächsten Donnerstag wieder tun. Dann müsst ihr aber auf mein Gesicht verzichten. Dann ist nämlich der Michael und Lea alleine da, wenn sie über What-If reden. Ich sage das deswegen so explizit, damit du es nicht vergessen hast, ja, nächsten Donnerstag. Aber einen, Moment, Moment. Sagst du noch was? Ja, wir sollten eigentlich noch mal ganz kurz über Amanda Waller sprechen. Ach, ehrlich? Der langweiligste Charakter im ganzen Film. Der einzige sinnvolle Bösewicht eigentlich bisher im DCEU. Wir hatten keinen, der wirklich so als abgrundtief böser Charakter in den ganzen Filmen da war. Alle sind entweder gestorben oder waren die Klischee-Bösewichte. Und sie ist einfach so, ja, so verzwickt böse dadurch, dass am Ende schon ihr eigenes Team sie niederschlägt, fand ich sie in der Darstellung und in der Charakterentwicklung schon echt fies und ekelhaft. Und das hat mir an dem Film, das war für mich auch eines der Highlights im Film. Auch wenn sie ein Nebencharakter mehr oder weniger war. Ist für mich ehrlich gesagt, ja, okay, kann man so sehen. Für mich ist es jetzt ehrlich gesagt so der übliche Klischee, zweckheilig die Middle Agent. Ja, sie macht das gut, alles in Ordnung, aber ist für mich jetzt nicht irgendwie so outstanding. Nö, das fand ich, wobei auch das mit dem Golfschläger habe ich nicht kommen sehen. Ja, nächste Woche, genau. What If, zwei Folgen What If mit dir und Lea. Mit mir gibt es dann ab, jetzt muss ich gerade mal eben schauen, gerade eben noch den Stream zugemacht, geht es weiter mit The Walking Dead, mit Andreas und mir. Dead Nerds Talking. Du wirst mit Jan wieder die zweite Staffel Lower Decks besprechen, aber nur als Podcast. Und live am Stage könnt ihr uns dann sehen, wieder auf der Magic Con und auf der Fat Con. Das sind die nächsten Cons, die wir machen werden. Da wird, die werden wahrscheinlich von 3G auf 2G runtergehen, weiß ich noch nicht genau, wird man sehen, was sie da machen werden. Auf jeden Fall werden wir da wieder Nerdkiss spielen und Cast Blast gibt es. Und das im Oktober, ich sage es deswegen schon, könnt ihr euch ja schon mal darauf vorbereiten und euch die Impfung entsprechend holen, damit ihr dann auch entsprechend bereit seid. Und jetzt muss ich mal nach links gucken wegen dem Schlusswort und dann wird irgendwie, ich kann es nach draußen nicht sehen, aber ich soll jetzt mal nach links gucken, anscheinend steht da draußen irgendeiner. Ich sehe es aber nicht, es spiegelt zu sehr, aber ich winke mal aus dem Fenster. Schau mal, ich kann schon winken. Bekommst du deinen eigenen Hösel-Stalker? Ja, ich habe jetzt, nein, Stalker würde ich das überhaupt nicht nennen, das ist ja schon mein Fanclub, ich mache winke, winke. Von daher demnächst im Supermarkt, bei uns beim Edeka. Ja, wenn euch das heute hier gefallen hat, dann lasst doch mal ein Däumelein nach oben da. Wir freuen uns immer über Bewertungen bei iTunes oder Podcast. Addict, wenn ihr diese Show einfach mal euren Freunden empfehlt und sagt, ey, ich höre hier so einen Podcast und das sind total coole Dudes, dann empfehlt uns doch da mal weiter. Fünf-Sterne-Bewertungen hatte ich schon gesagt. Abo da lassen sowieso, Glocke aktivieren auch. Info at nerdizismus.de ist die E-Mail-Adresse. Und jetzt tut doch dem Michael endlich mal einen Gefallen und schickt doch verdammte Hacke dem mal eine Sprachnachricht an die 01525-964-7709. Nein, WhatsApps kommen ja an, an Lea jetzt wieder. Wenn Star Trek wieder losgeht, wird der WhatsApp-Channel wieder überquellen. Aber der Michael will mal eine Sprachnachricht haben. Ich mache jetzt den Hashtag hier Voicemail for Michael, ja. Den werden wir jetzt hier mal zum Trenden bringen, ja. Und von daher schickt doch dem Michael jetzt endlich mal eine Sprachnachricht. Der ist inzwischen so weit, der will auch beleidigt werden. Das nimmt er auch. Der nimmt jetzt alles mit, ja. Alles. Komm her. Bring it on. Genau, bring it on. In diesem Sinne, vielen Dank auch an den Chat, auch wenn heute nicht ganz so viel los war wie sonst. Tja, wir haben es gerade noch als Schlusswort gesagt, der Film war im Box-Office nicht so erfolgreich. Hier in dem Chat ist nicht viel los. Letzte Woche bei He-Man war mehr los, ja. Von daher. Ist ja auch schon seit 30 Jahren raus. Ja, wahrscheinlich. So, in diesem Sinne. Also, dann würde ich mal sagen, Däumel ein hoch. Gute Nacht auch. Und von daher, bis die Tage, macht den Jort. Tschö. Tschö. Das war wieder eine grausam unelegante Ausleitung. Das ist ja schon unglaublich. Heute waren wir nicht gut drauf. Nee. Eine Produktion des Podcast-Imperiums. Wie ist das? fanUM Blau. Musik. Untertitelung des ZDF, 2020